Philipp Brammer war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben und Wirken Philipp Brammer war der Sohn des Schauspieler-Ehepaars Dieter Brammer und Ingeras Erz, das mit dem Ensemble Die Brücke 1960 bis 1974 in 90 Ländern spielte. Seine ältere Schwester ist die Schauspielerin Christiane Brammer. Bereits mit zehn Jahren startete Brammer, der 1988 Dekasekunden Abitur ablegte, als Synchronsprecher in der Serie Die Bären sind los seine Fernsehkarriere, war dann sogleich die deutsche Stimme von Nils Holgersson. Später übernahm er unter anderem die Synchronisation von Jason Priestley und von Andrew Garvey in Unsere kleine Farm. In der ARD-Serie Lindenstraße war er von Folge 947 bis 1075 als Lehrer Jan Günzel zu sehen. Auch in zahlreichen Theaterstücken wirkte Philipp Brammer mit, so als Bernhard in Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller, als Paul in Geschwister von Klaus Mann, als Vinzenz in dem Drama Pfarrhaus Komödie von Heinrich Lautensack, als Mozart in Mozart auf der Reise zu uns in Isar Athen von Stefan Kastner, als Hans in die Bergsteiger, als Heraklit in Heraklits letzte Tage, als Daniel Kohn-Bendit in Germania 1 Dinkelhofen, als Hans-Werner Henze in Germania 2 Paradiso. Brammer galt seit dem 28. Juli 2014 als vermisst, als er nach einer Bergtour auf den Edelweißlaner nicht zurückkehrte. Am 1. August 2014 fand ein Team der Bergwacht und Polizei Brammer's Leichnam im Bereich des Edelweißlanersteigs. Er war 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Einsatzkräfte stellten außerdem den Ausbruch einer rund 50-mal großen Felsplatte fest, der vermutlich der Grund für den Absturz war. Brammer, der zuletzt in München lebte, hinterließ seine Ehefrau, die Schauspielerin und Drehbuchautorin Dominique Lorenz und zwei Töchter. Am 8. August 2014 wurde Brammer nach einem Requiem in der St. Stephanskirche von Grefelfing auf dem Friedhof seines Geburtsortes beigesetzt. Filmografie, 1983 Wagner, 1985 Sprit für Spatzen, Spielfilm, 1993 Derrick, 1993 Derrick, 1996 Derrick, 1996 Der Bulle von Tölz, 1998 Der Bulle von Tölz, 1998 bis 2000 Marienhof, 2000 Samt und Seide, 2000 Unser Charlie, 2002 Forsthaus Falkenau, 2003 Küstenwache, 2004 Schlosshotelort, 2004 bis 2006 Lindenstraße, 2006 Medikopter, 117 Jedes Leben zählt 2006 Soko, 5113 2008 Die Rosenheim Korps 2011 Tatort, ein ganz normaler Fall 2012 Die Rosenheim Korps 2012 Oben drüber, da schneit es 2013 Soko, 5113 Synchronisation Filme, 1983 Der Schwarze Hengst kehrt zurück für Kelly Reno 1988 Mein Nachbarer Totoro für Skigeser Toitoy 1996 Trainspotting, Neue Helden für Ewen Bremner 1996 Marvins Töchter für Leonardo DiCaprio 1996 Scream, Schrei für Matti Lillard 1997 Austin Powers Das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat für Mike Myers 2001 Lagan Es war einmal in Indien für Amir Khan 2002 Ohne jeden Ausweg für Scott Wolf 2002 Scooby-Doo für Matti Lillard 2003 Weicham Toadet Jungle für Ewen Bremner 2004 Inuyasha Fire on the Mystic Island für Takeshi Kusau 2005 Final Fantasy 7 Advent Children für Kaiji Fujiwere 2005 Hitch Der Date Doctor für Kevin Sussmann 2005 Per Anhalter durch die Galaxis für Martin Freeman 2007 Tarets Amenpa Ein Stern auf Erden für Amir Khan 2008 Camp Rock für Daniel Fahas 2009 Raute 9 für John C. Riley 2010 Inside Ears für Lee Wennell als Spex 2010 Die Legende der Wächter für Ryan Quanten 2010 als Jakapa Beverly Hills 90210 für Jason Priestley als Brandon Walsh Adventure Inc. Jäger der Vergessenen Schätze für Jesse Nilsson als Gabriel Pettersson Dr. Who für David Tennant als Der Doktor Megamann als Protoman Selamoon als Rio Rava Ergo Proxy als Vincent Lowe One Piece als Lauren Noah Zorro Shaman King als Joko Call Me Fitz für Jason Priestley als Richard Fitz Fitzpatrick Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen als Nils Holgersson Robin Hood für Peter Jewellen Williams als Moch Lili Hammer für Kyra Hellum als Gaia Elvis TVDT Game of Thrones für Jamie Sivis als Jori Kassel H.I.M.E.T. Jorma für Michael Trucco als Nick Podarotti Computerspiele Kingdom Hearts 2 als Axel bei Osho als Dr. Steinmann